Silvesternacht. Viel schöner ist der Weihnachts-Semmi, mit seinen Sternenmeer unendlich weit. Wie tausende Verlichtraketten, die verglühen nach kurzer Zeit. Die Sternen, der Mond, stellen Frieden aus. Kein Lärm stellt nicht die heilige Ruhe. Aber die Leute sind scheinbar heute nur glücklich, wenn es geht so richtig zu. Ich glaube, der Mensch muss älter werden, bis er alles anders sieht und unterscheidet dann in seiner Säule das warm und das vergängliche Licht. Büfergestank und Rausch und Lärm, das meint man, ist Silvesternacht. Schau nur auf zu den Sternenheimen, da merkst du, was die Ruhe macht.